Ich würde sagen... Ja. Äh, wow. Gut, dann halt nicht rennen. Dekon gehen, abschießen, weiterrennen. Damit hätte ich eigentlich rächen können. Aber gut. Ja. Goldfire and an explosion reported at the Corleone Hotel. Cool. See ya. Ich bin einfach so am Arsch. Weil ich so tot bin. Treffen muss halt auch gekonnt sein, ne? Zum Glück haben die wahrscheinlich keine Hubschraube. Ja. 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 hier noch irgendwas. Ich hab null Munition für irgendwas. Das ist ja bescheuert. Was ist der Typ? Der Revolver hat keine Munition mehr. Okay, da liegt ein Revolver. Was ist der Typ? Der Revolver hat einen Revolver. gut dass sie meine letzte meine letzte position anpeilen ja 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 Ah, ist das hell. Okay, das ist ziemlich... Oh, Magazin. Magazin, Magazine Detektor. Okay, weiter über das nächste Dach. Was für ein Zufall, dass die Leiter genau so lang ist. So, okay. Ich glaube die Beerdigung ist doch bloß nur... Ein Ablenkungsmanöver, denn jetzt sind wir in der Kirche drin. Wo wir ja Poly abgeliefert haben. Was eigentlich ziemlich schlau ist. Und jetzt kommen wir umgekehrt davon. Okay, nichts gesagt. Jetzt, William. Er war ein Zufall, ja. Aber... Er war auch ein liebster Sohn. Ein schrecklicher Bruder. Und ein freundlicher Freund. Und für diese Wirtuen... Wir wünschen, dass sein Herz seine Heilung finden. Und jetzt, ich glaube, ein von Billy's closest und liebsten Freunde würde sagen ein paar Worte sagen. Danke, Vater. Ich... Ich... Ich wollte nur, um meine Respekt zu bezahlen. Billy... Ich habe nie gesagt, aber... Ich veröse dich mein Bruder. Ich kann nicht davon betrachten, ich habe mich einfach von einem Rüben klingeln aus. Ich weiß nicht, wie ich das... Was wäre... Das ist der Mann... Das ist der Mann... Der Mann, der sch olabilir... Billy... BIT J Essentially, das ist das Mann. Perfekt. Alter, ich schiesse rein in der Kirche. No! Schlechte Deckung. Wer macht bitte sowas? Wir sind hier in Gottes Haus. Wo ist der letzte an der Tobi? Ein Schuss. Und ein Treffer. Und hier aus dem Arsch. Wie ist das? Das ist eine Unterkunft der Ferne. Ist das überhaupt nicht sicher. Ja, bei mir auch nicht. Uh, ein Brief. Magazin. Schon wieder ein Magazin. Magazin. Gibt es dir vielleicht noch ein bisschen Hilfe? Irgendwo. Oh, das Flankieren geht auch. Sein Vater war hier. Sein Vater! Das ist die, die Stadt funktioniert. Ein Schuss, ein. Treffe, ich brauche Munitionen. Wait. Assassin's Creed. Okay, wenn ich ein bisschen mit ihm. Von hier treffe ich gar nichts. Schon wieder die Hälfte vom Leben. Ach, wirklich? Das ist eine Church. Danke für die Info. Das war's mit dir. Was hast du getan? Murder in the house of God? These men were criminals, Vater. Thieves. Rapists. Killers. Und Gott würde sie begrüßen, wenn sie für forgiveness haben. Now, welcher von diesen Menschen könnte es für die Redemmation durch die Arbeit mit den Armen? Welcher könnte es nur einein Leben geben? None von uns, Vater. Vater. Du wirst. Wenn du eine Konfession hast, du besser machen kannst. No mehr Bloodshed, bitte! Ich bin sorry, Vater. Ich bin sorry, Vater. Das ist ein Akt von Divine Retribution. Alter. Das macht uns gleich. Ja. Für jetzt. Für deine Probleme, Vater. Ich will nicht dein Blut, Geld. Du hast das. Nicht viel Unterschied von wo ich bin. Das sollte genug sein, wenn du die Böde auf die Böde gehst, und dich ruhig zu halten. Wenn die Böden kommen, sagst du ihnen, dass die Böden, die das gemacht haben, hat die West Coast accents. Sie müssen aus der Stadt, nicht wahr? Ich werde nicht leiden. Aber ich werde nicht sagen. Gut. Es wäre ein Schade, wenn wir hier wiederkommen. Woher sind Sie? Als ich in die Kirche kam, hat die Krupp mich erinnert. Sie folgen mich direkt zurück. Und wo sind sie? Das gleiche Ort wie alle diese Leute. Komm, wir müssen gehen. Gibt es sicher noch irgendwas, was ich gesehen habe? Vorerer Produkter der Kirche, Leute. Lasst ihn nicht raus. Du kannst dich auf die Kirche, in die Kirche. Wir brauchen das. 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 Ich glaube, wir holen uns ein Polizeiauto. Oder den Leichenwagen. Der Leichenwagen wäre besser. Ein bisschen Hilfe. Es gibt keine Hilfe. Nein, ich wollte Hilfe nehmen. Komm schon! Ich wusste nicht, dass das dein Magazin ist. Ich wusste nicht, dass das eigentlich ein Magazin... Hat mich mega viel gebracht im Fall. Komm, go, go, go! Das weiß nichts! Ja, das weiß nichts. Haha, er ist tot. Schade. Hätte ja klappen können. Vierer Perotter um die Kirche, Leute. Lass ihn nicht raus! Der Rest der Kirche! In der Hörst, los geht's! Bist du schuldig? Es hat Rücken, nicht wahr? Wir können einen anderen finden. Dann haben wir alle Kappen. Halt auf! Halt auf! Halt auf das Ding in mich! Halt auf! Das ist nicht wirklich gemeint. Wir müssen einfach rennen. Und los geht's. Steig ein! Halt auf! Halt auf! Wie schämtlich! Einfach den Leichenwagen klauen! Halt auf! Alter! Das kann man doch nicht machen! So ist eine Schiesserei in der Kirche und dann sowas! Hä? Wir müssen über die Brücke! Alles gemacht! Alles? Ja! Alles! Oh, shit! Steigen die Autos ein? Wie soll man mit dem Leichenwagen kommen? Ich versuch's. Leider hab ich ja keine Karte, die mir sagt, wo Cops sind. All cars, pursuit is called off. Abandoned searcher. Okay. We lost them. Thank Christ. Gonna be trying to forget today for a long time. You're telling me. Let's get back to the bar. We gotta lie low. The way this all went down, we gotta lie low for weeks. Ah, the priest will keep his trap shut. Don't worry. Morello got a bloody nose, and you and Polly are in the clear for wagging the laddie son. Boss will be pleased. Ich frau mich aber jetzt, ob die, wenn uns die Polizei sieht, ob die uns mit dem Leichenwagen erkennen. Sollte ja nicht so sein. Weil, vielleicht fährt nur einen Leichenwagen herum. Was ist das? Polizei. Das war die Polizei. Junge! Oh nein! Ich frau mich wirklich, ich frau mich! Endlich halb ich mich einfach然后. Sorry dafür. Mord im Haus Gottes. Kapitel abgeschlossen, der Heilige und der Sünder. 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 Kapitel abgeschlossen, der Heilige und der Sünder.